Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Heute hier im wunderschönen München und mit einem ganz besonderen Gast, Thomas Galli. Ich habe gedacht, du sagst mit einem wunderschönen Gast. Wunderschöne Wohnung, ganz besonderer Gast. Du bist 1973 geboren, Studium der Rechtswissenschaften, Psychologie. Was hast du noch gemacht? Kriminologie? Ja. Du warst Anstaltsleiter in zwei verschiedenen Anstalten. In Zeithain und in Torgau in Sachsen. In Sachsen. Du bist Buchautor, erfolgreicher Buchautor, hast ein paar sehr, sehr wichtige Bücher geschrieben, aus denen ich Inspirationen schöpfe und viele andere auch. Du warst Jurist in Straubing unter anderem. Das heißt in der Anstalt, in der ich eingesperrt war. Genau. Du warst du Jurist. Genau. Wir kommen drauf, was Juristen so machen in Anstalten, aber man kann sagen, es gab mal einen Tisch und wir saßen uns gegenüber zu dieser Zeit. Und wie genau das gelaufen ist, erfahren wir so jetzt während dem Gespräch. Ich würde gerne anfangen damit, woher kommt der Hang für Kriminalität bei dir? Das Interesse an Kriminalität ist eigentlich erst im Gefängnis entstanden und dann gewachsen. Also das Gefängnis war für mich eine absolute Notlösung. Ich habe ursprünglich eben nur Jura studiert und wusste danach nicht so ganz, wohin. Irgendwie zu einer Bank oder solche Dinge. Das hat mich nicht so interessiert, wo Juristen überall arbeiten. Und dann war einfach ganz pragmatisch die Überlegung, gehst du zum Staat und hast nicht so viel Stress und sicheres Geld. Und dann bin ich dort zum Ministerium in München gegangen und haben gesagt, da ist in der JV Amberg jetzt gerade eine Stelle frei für Juristen. Ich glaube, in Amberg warst du... Ich war auch in Amberg, da haben wir uns verpasst. Da haben wir uns verpasst. Da war ich von 2001 bis 2007, glaube ich. Ich bin 2006 gekommen. 2006, dann haben wir uns vielleicht so überschnitten. Und dann habe ich gesagt, naja, schaue ich mir mal an. Und so bin da sozusagen nach reingeraten. Und dann ist erst mein Interesse im Laufe der Zeit dann an dem Thema, an Kriminalität, wie man umgeht mit Kriminalität und so weiter, ist dann gewachsen. Also es kam über das Tun sozusagen. Jura studiert auch noch mit der Option, gar nicht ins Strafrecht zu gehen, so. War auch noch kein Thema als Strafrecht. Ich meine, als Jurist ist ja so, man studiert ja alle Rechtsbereiche und könnte dann theoretisch in allen Rechtsbereichen tätig werden, vom Zivilrecht, öffentliches Recht und so weiter. Also ich hatte da nicht wie andere, die haben schon früher im Studium oder so ein genaueres Ziel. So True Crime Nerds. True Crime, genau und sowas. Das war bei mir gar nicht. Habe ich jetzt erwartet gehabt, weil da so viel zusammengekommen ist. Mal ein Verbrechen begann? Verbrechen habe ich noch nie begangen, aber Straftaten sicher. Also ich bin schon, das ist wohl schon länger her, aber sicher auch schon alkoholisiert Auto gefahren. Also ich glaube, ich wäre als Verbrecher nicht sehr geeignet, weil ich zu viel Schuldgefühl oft habe anderen Leuten gegenüber. Also wenn ich merke, ich verletze andere oder ich schädige andere konkrete Menschen, dann wird es für mich schwierig. Und es ist ja schwierig auch irgendwo, gut, man kann heute im Internet und so weiter, da bleibt ja vieles abstrakt und auch möglicherweise die Geschädigten sind abstrakt. Wobei auch diese Belastung immer erwischt werden zu können oder die Polizei sind da hierher oder sowas. Das wäre für mich, glaube ich, auf der Seite zu stressig. Hoher Stresslevel, das ist auf jeden Fall wahr. Ich hatte in meinem Leben ja doch recht viel Kontakt zu Juristen. Also jetzt auf eine andere Ebene, aber früher schon ja natürlich immer beruflich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass obwohl diese Menschen sich ja doch so viel mit Straftätern, mit Straftaten, mit all dem beschäftigen, sie irgendwie absolut kein Verständnis für den Täter oft haben. Und warum sage ich das? Mir kommt immer so vor und der Satz kommt sogar von dir, dass man eigentlich die Haftstrafe als logische Konsequenz einer Straftat versteht. Und das liegt, du hast die Ursprung so ein bisschen im Studium dafür gesehen. Lernen Juristen vielleicht da das Falsche, zu wenig, zu viel? Aus meiner Sicht absolut. Ein ganz wichtiger Punkt auch. Also die Juristen, zumal dann die, die irgendwann im Staatsdienst landen, als Richter, Staatsanwälte im Strafvollzug, die kommen ja zu 99 Prozent aus dem bürgerlichen Umfeld. Das heißt, sie sitzen zu Gericht über Menschen, die meistens auch wieder weit überwiegend aus einem ganz anderen Umfeld kommen. Und auch das Recht selber, schon ist ja geprägt oder ist orientiert an den Interessen der Mittelschicht oder Oberschicht sozusagen. Also bestimmte Dinge. Das beste Beispiel sind ja Drogen, wo man sagt, das sind andere Kreise, in denen die so konsumiert werden. Die können wir schön bestrafen. Bei uns passieren andere Dinge, die werden dann dafür weniger bestraft. Also es ist schon so, dass man im Strafrecht tendenziell urteilt über andere Menschen und selber wenig damit zu tun hat und auch nicht in die Gefahr gerät, auf die andere Seite zu kommen. Und das ist ein ganz großes Problem. Deswegen finden sie auch so toll, dass wir uns jetzt hier so gegenüber sitzen. Das ist ja dir zu verdanken. Das ist deine Initiative. Und dass wir sozusagen mal in ganz anderen Rollen uns auch begegnen. Also von Mensch zu Mensch. Und das fehlt aber natürlich im Justizsystem völlig. Man hat immer seine Rollen. Ich sage es euch jetzt schon. Wenn euch das hier gefällt, weil wir werden es niemals alles fertig kriegen, dann werde ich ihn fragen, ob wir irgendwann mal einen Podcast einmachen. Vier Folgen oder fünf oder sechs, wo wir uns abends hinsetzen in Ledersesseln, in einem Halbdunkel und wirklich nochmal das alles ausführlich besprechen. Weil jeder Satz von dem, den du da sagst, ist für mich interessant. Weil es unter anderem war eine der Sachen zum Beispiel, wenn ich nach Straubing geschaut habe, da gab es Leute, die haben mit einer Spritze einen Schlecker überfallen und er kriegt zwölfeinhalb Jahre, pam, für eine Beute von 270 Euro ohne verletzt. Und die wissen, er hat gesagt, ich habe Aids. Das ist eine schlimme Tat, brauchen wir nicht reden. Super, aber zwölfeinhalb Jahre so. Und ich habe mir in dem Moment so gedacht, der Richter denkt sich, das werde ich nie machen. Auf die Idee komme ich überhaupt gar nicht. Und der Typ ist so arm, dass er nicht mal ein Messer hat, also nicht mal eine Pistole oder so, sondern mit der Spritze. Das ist das Einzige, was er irgendwie so... Und diese Tat ist so weit weg von denen, die darüber urteilen. Und andere Taten, wollen wir jetzt auch nicht zu plakativ werden, aber andere Taten tut man sich schwer, die Verjährungsfristen hochzusetzen. So, wo man dann sagt, naja, er muss sich halt gleich melden. Und dann denke ich mir, woher kommt das? Sehr, sehr interessant. Also, du bist Anwalt. Du arbeitest jetzt auch wieder als Anwalt. Du verteidigst Leute. Gibt es Fälle, wo du sagst, die würde ich nicht verteidigen? Nicht von vornherein. Also, es gibt Anwälte zum Beispiel, die sagen, sie verteidigen oder vertreten keine rechtsradikalen Täter oder keine Kindesmissbraucher und so weiter. Das ist bei mir nicht der Fall, sondern es hängt wirklich immer vom Einzelfall ab und es hängt auch davon ab, welches Ziel mit der Vertretung verfolgt wird. Also, was ich zum Beispiel nicht machen würde und was ich sozusagen nie vereinbaren könnte mit meinem Gewissen, wenn ich wüsste, derjenige war es. Meinetwegen habe ich ein Kind umgebracht. Das ist ein ganz krasses Beispiel jetzt. Extremes Beispiel. Extremes Beispiel. Und er sagt es vielleicht auch, aber er sagt, aber das können wir uns nicht beweisen und deswegen gehen wir auf Freispruch. Also, er würde es dir sagen, wenn man dann kläre ein Gespräch und sagt aber, ich will aber einen Freispruch. Genau, weil die können es nicht beweisen. Und dann, sowas würde ich nie mitmachen, weil da wäre mir auch das Leid dann der hinterbliebenen Welt und so weiter zu groß. Also, solche Fälle sind sicher denkbar und meistens ist aber ehrlich gesagt so ganz profan, dass Leute entweder nicht bezahlen, Betrüger, oder dass sie zu, ja letztlich auch zu anstrengend, sind, zu fordernd sind und dass es einfach so menschlich dann nicht passt. Und das kann dann mal dazu führen, dass man dann das wieder auflöst. Aber ansonsten ist es nicht so, dass ich von vornherein sage, ich vertrete bestimmte Leute nicht. Und zur Erklärung für die Leute, die sich jetzt denken, ja, aber warte mal, warte mal. Es gibt ja auch den Fall, dass jemand etwas sehr, sehr Schreckliches getan hat und dann aber sagt, ich möchte die bestmögliche Vertretung. Ich gehe nicht auf Freispruch für Unschuldig, sondern ich versuche halt, die bestmögliche Vertretung für mich zu haben. Und dann ist es auf jeden Fall anders zu bewerten, als wenn einer sagt, ja, wir tun so, als waren wir es nicht. Genau, genau. Nur nochmal, finde ich super interessant. Und wie kommt es dann zu dem Wunsch, ins Gefängnis zu gehen? Vielleicht war es ja bei dir gar kein Wunsch, wenn ich das jetzt am Anfang schon richtig gehört habe, sondern fast schon Bequemlichkeit? Ja, ja, muss man schon sagen. Wie kam es dazu? Also wie hast du dann gesagt, okay, da bleibe ich jetzt oder da gehe ich rein? Und vielleicht auch noch was für eine Erwartung hattest du, als du rein bist? Also ich war vorher nie in einem Gefängnis, auch nicht. Es gibt schon die Möglichkeit während des Studiums, dass man mal von Tag oder so reingeht. Das war bei mir nie der Fall. Also ich war tatsächlich das erste Mal dort überhaupt im Gefängnis. Und dann ist es ja schon auch eine zwar bedrückende Welt, aber auch eine spannende, interessante, andere Welt, wenn man so will. Man hat ja mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, jetzt nicht nur von Seiten der Inhaftierten, sondern auch ja bei den Mitarbeitern, vom Pfarrer, Lehrer, Ärzte, Psychologen und so weiter. Und das fand ich dann schon auch interessant und spannend. Und dann ist es ja wirklich, dass es unheimlich lange braucht, da reinzukommen. Ich glaube, es ist sicher ähnlich, wenn man inhaftiert wird, sich da sozusagen zurechtzufinden mit den ganzen Regeln und Strukturen und Mechanismen. Aber ich glaube, so ähnlich war es dann auch für mich, da ganz neu reinzukommen. Aber es unterscheidet sich auch ein bisschen von Anstalt zu Anstalt. Also wenn, ich sage immer das Beispiel mit dem Jugendarrest, da bist du halt nach einer Woche angekommen und nach vier Wochen weg. In Straubing kommst du, bin ich gekommen mit 13 Jahren Strafe. Dann war ich nach zwei Jahren irgendwie noch, bist ja gerade erst gekommen. Also das sind die 13 Jahre Strafe so kurz. Also kannst du dich auch noch, kannst du dich erinnern noch an dein erstes Mal hinter Gittern? So das Gefühl, wie du, vielleicht, was mich noch mehr interessiert als das erste Mal hinter Gittern, als du das erste Mal Mitarbeiter warst. Also das erste Mal als Jurist, so wirklich, du wusstest, ich bin Jurist, ich werde über die Leute, die jetzt hier am Fenster gucken oder im Gang stehen, die werden mir begegnen. Kannst du dich an das Gefühl erinnern? Kann ich schon noch tatsächlich erinnern. Also es muss sehr eindringlich ja gewesen sein, weil es, wie gesagt, es war 2001. Und das anfängliche Gefühl gegenüber Inhaftierten ist tatsächlich, dass die sind eine Gefahr. Und man begegnet ihnen ja, oder nur sehr Ausgewählten begegnet man ja sowieso auch als Mitarbeiter, dass die sozusagen in der Anstalt in irgendeiner Form frei rumlaufen dürfen und den Verwaltungsbereich putzen oder solche Dinge. Da weiß man aber praktisch, das sind total Ausgewählte und sozusagen, in Anführungsstrichen, Harmlose. Also bei allen anderen war schon so, das erste Image, das man so hatte und das auch dort irgendwo vermittelt worden ist scheinbar, dass es eine Gefahr ist, gefährliche Leute sind. Und gerade als Jurist ist es ja so, dass man ja auch fast nie allein mit Inhaftierten spricht, sondern immer uniformierte Leute dabei. Und es hat sich aber dann im Laufe der Zeit dann natürlich erst auch gelegt, als ich immer mehr dann auch persönlich kennenlernen darf. Und dann merkst du natürlich, die sind ganz normale Menschen und die springen dir nicht an die Kehle oder sonst was. Ich erinnere mich an Straubing, Schachgruppe. Schachspieler von außen kommen rein. Und dann gab es einmal einen Fall, wo so eine kleine Gruppe von vier oder fünf Schachspielern reinkam und die wurden direkt zu uns gebracht in den Schulbereich und die waren, hey, hi, ja und nö und haben auf Augenhöhe kommuniziert und dann kam plötzlich der HF rein von der Sicherheit und meinte, hatten sie ihre Sicherheitsunterweisung schon? Wie seid ihr jetzt hier reingekommen? Und dann so, nö, jetzt hat uns keiner. Und dann sind die alle mit ihm raus und dann kamen die eine Viertelstunde oder zehn Minuten später rein und die waren komplett verstört. Die waren bleich, die haben uns nicht mehr in die Augen sehen können. Die haben ein komplett anderes Verhalten. Zum Abschnitt auch keine Hand mehr oder sowas. So war dann so, hm, ja, tschüss und so. Und das war, da wurde genau das gemacht. Und dasselbe habe ich auch beobachtet bei jungen Anwärtern, also bei Beamten, die reinkommen, die neu sind. Und da hat mir auch mal einer erzählt, wie es gesagt wird und dann hieß es zum Beispiel, verbrüdert euch nicht. Also, ja, interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Aha. Du warst in Amberg. Amberg ist ein heftiges Gefängnis. Ich finde, Amberg ist in Bayern von der Qualität der Häftlinge das gefährlichste Gefängnis. Weil die Leute sind Wiederholungstäter, aber es hat mit der Strafhöhe nicht für Straubing gereicht. So, und das macht eine gefährliche Mischung. Weil es sind Leute, die haben jetzt viereinhalb Jahre, die haben nicht vor sich zu ändern, viele von denen. Die sind Berufskriminelle, viele, nicht alle. Aber ich kannte auch sehr viele Leute, die in Amberg gesessen sind. Und da wird auch zugeschlagen zum Beispiel, viel schneller als in Straubing. Ich war in Stadelheim, ich war in Nürnberg, ich war in vielen Anstalten in Bayern. Und ich würde sagen, jede Anstalt hat eine eigene Aura. Jede Anstalt hat ein eigenes Gefühl. Kannst du das Gefühl, das du hattest, in Straubing bestreichen? Oder was für eine eigene Aura? Oder was hat dieses Gefängnis mit dir gemacht? Das ist schwer. Du siehst aus wie ein Inserz jetzt gerade. Du hast doch schon gearbeitet. Also doch. Bei uns Juristen ist es ja so auch, dass wir verschiedene Anstalten eben durchlaufen. und es war so, dass Straubing immer gefürchtet war und da auch nur Leute hin versetzt wurden, mehr oder weniger die freiwillig, sozusagen die sich das antun wollen. Und die Atmosphäre, die auf Straubing lastet, die ist ganz schwer für mich in Worte zu fassen. Aber es ist eine große Schwere, finde ich, dort. Es ist keine Atmosphäre, keine lebendige Atmosphäre, dass du das Gefühl hast, da passiert jetzt was Sinnvolles für die Zukunft oder wird was aufgebaut oder so. Es ist fast schon teilweise morbid. Und es ist, also insofern, es war jetzt für mich nicht der Beweggrund, aber ich war ja sieben Jahre auch in Straubing und ich glaube, das langt dann auch. Ist das ganz schön, danke. In sieben Jahren Straubing hast du das gemacht. Ja, es ist, ich kam aus Stadlheim. Laut, explosiv, Leute schreien am Fenster, irgendwie 15 verschiedene Sprachen werden am Fenster geschrien und so, bam, bam, bam. Und dann kommst du nach Straubing. Super. Und dann so eine Mischung aus Altersheim, Desinfektionsmittel, Gruff. Es ist eine sehr seltsame Atmosphäre. Finde ich schön, dass man es als jemand, der dort arbeitet, auch spürt. Also, dass es nicht einfach vorbeigeht an den finsternen Menschen. Überhaupt nicht, ne? Wobei, was ich auch sagen muss, das gibt sicher überall solche und solche. Also, viele ganz tolle Kollegen dort kennengelernt. Und gerade auch in Straubing. Also, man muss auch wieder sagen, vielleicht auch diese schwierigen Gesamtumstände, die ja auf allen irgendeiner Form lasten, bildet auch teilweise besondere Menschen heraus. Durchaus. Auch unter den Beamten, die ja teilweise Jahrzehnte dort sind und trotzdem handständig und menschlich bleiben und alles. Also, das ist schon auch höchste Bewunderung. Auch die Gefangenen. Wir beide sind der Meinung, dass man eine große Zahl der Gefangenen gar nicht einsperren müsste. Wer gehört deiner Meinung nach nicht ins Gefängnis? Also, es ist so, das ist auch wenigen bewusst, dass die Hälfte ungefähr der Menschen, die in Deutschland inhaftiert werden und inhaftiert sind, verbüßen Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr nur. Das heißt, es sind, uns sind ja meistens jüngere Männer, die sowieso nach einem Jahr wieder vollkommen in Freiheit sind. Und da bringt es überhaupt nichts und es ist kontraproduktiv und schädlich, sie jetzt ein Jahr lang in die geschlossene Anstalt einzusperren, wo möglicherweise die Kontakte auch nicht die besten sind jetzt mit anderen Strafverlegenden, wo sie wieder rauskommen und dann ein Knast in ihrer Biografie haben und so weiter. Also, gerade bei diesen eher kurzstrafigen Straftätern, da sollte man schon Wege, finde ich, außerhalb der Anstalten suchen und natürlich gibt es auch viele Bereiche, die ja zunehmend jetzt auch in der Diskussion, es tut sich ja einig, das muss man schon sagen, vor einigen Jahren, da hieß es immer, da kann sich gar nichts bewegen, aber jetzt sogar die FDP auf Bundesebene tun was, wollen Cannabis entkriminalisieren, Ersatzfreiheitsstrafen für Schwarzfahrer und so weiter sind stark in der Diskussion, also wird auch irgendwann aufhören und da werden schon mal deutlich weniger Menschen dann überhaupt inhaftiert und es geht schon in die richtige Richtung, dass man wirklich den Freiheitsentzug nur für schwerste Kriminalität hat. Es macht mich manchmal krank, wenn ich sehe, dass ein 17-, 18-Jähriger ein Jahr eingesperrt wird. Der hat davor keine Ausbildung gehabt, jetzt hat er keinen Wohnsitz mehr, jetzt hat er noch mehr Schulden, weil der Handyvertrag weitergelaufen ist, die Miete irgendwo weise gelaufen ist, irgendwelche Raten nicht bezahlt hat. Ein Jahr. Der kriegt keine Ausbildung in der Zeit, der kriegt keinen Schulabschluss in der Zeit, der kommt einfach nur schlechter raus danach. Und dann immer, wenn dann meine Klienten, dann sage ich, wir brauchen längere Strafen für, also ich würde keinen einsperren unter zweieinhalb, drei Jahren, Jugendlichen, weil dann müssen wir eine andere Lösung finden. Interessant, das hast du jetzt auch gerade gesagt. Also, jetzt lass uns aber ganz kurz, ich finde den Begriff, der Monster immer schwierig, aber so, die menschlichen Monster. Wir beide haben sie kennengelernt, in Straubing gibt sie. In Straubing gibt es Leute, von denen ich glaube, dass wenn wir sie rauslassen, sie unglaubliches Leid verursachen werden, innerhalb kürzester Zeit. Was machen wir mit denen? Also, sehe ich auch so, würde ich auch unterschreiben, dass es wenige Menschen gibt, wenn man die rauslässt, wäre es fatal, oder ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es fatal ist. Also, insofern brauchen wir schon den Freiheitsentzug, notfalls auch bis zum Lebensende. Ich würde aber den menschenwürdiger gestalten, das ist halt einfach nicht auch nicht menschenwürdiger, in acht Quadratmeter Haftraum über Jahrzehnte zu sitzen und das Verfassungsgericht usw., die sagen, es ist deswegen menschenwürdig, weil der ja die Chance hat, wieder rauszukommen. Er muss ja bloß die ganzen Therapien mitmachen und so. Interessanter Gedanke. Das ist aber, ja, das ist für mich ein bisschen sehr theoretisch. Also, ich würde dann lieber sagen, okay, wir behandeln diejenigen von vornherein menschenwürdig und bringen sie menschenwürdig unter, aber wir sagen auch, von dir können wir keine Gefahr mehr in Kauf nehmen, du kommst nicht mehr in Freiheit, oder wenn dann, was weiß ich, ab dem Alter von 80 Jahren oder so, wo man sagt, dass aus biologischen Gründen keine so große Gefährdung mehr ausgeht, aber für diese sehr wenigen, die jetzt teilweise ja schon mehrere Menschen umgebracht haben, Kinder, in Straubing, da kann ich, Kinder, die sind statistisch gequält und dann ermordet und lausers Zeug, also da. Für alle, die jetzt gerade sich gedacht haben, ey, was nickt in der Pollux so blöd, wenn jemand sagt, lebenslänglich einsperren, ich nick nochmal. Es gibt eine Gruppe von Gefangenen, oder es gibt eine Gruppe von Tätern, sagen wir so, die dann gerne mal unterschrieben wird mit dem Begriff des sexuellen Sadisten. Dafür haben wir keinen Platz, das können wir nicht tragen und da bin ich auch nicht für eine Freilassung, da brauchen wir gar nicht reden. Interessant ist, dass bei der Diskussion ja immer diese Art von Tätern genannt werden. Ja, ja, das ist das Problem. Immer, wenn ich sage, Mensch Leute, lasst uns das doch, lasst uns weniger Leute einsperren, lasst es uns freundlicher gestalten, lasst uns den Leuten innen drin nicht noch Hass lernen, sondern keine Möglichkeit, lasst uns den Gefangenen keine Möglichkeit geben, sich selbst als Opfer des Staates zu sehen, sondern lasst uns denen in der Hand reichen, damit die, und wenn sie es dann nicht annehmen, dann sind sie so grummelig und so, aber, und dann kommt aber den Leuten in den Kopf, ja, der hat ein Kind zu Tode gefordert. und dann wollen wir dem nicht mehr die Hand reichen, das verstehe ich auch, ich verstehe den Gedanken dahinter. Wie viel Prozent der Täter sind denn so, jetzt deiner als Jurist, als mit 15 oder 16 Jahren Strafvollzugserfahrung, wie viel würdest du jetzt mal grob über den Daumen teilen? Höchstens drei Prozent oder sowas in dieser Größenordnung. Und dann ist es halt was, dann vernachlässigen wir die anderen 17 Prozent in der Diskussion. Das ist das ganz große Problem. Und wir reden auch jetzt nicht nur über Schwarzfahren, da könnten die Leute nicht sagen, ja, aber nur über Schwarzfahren. Nein, es gibt noch ganz, ganz viele Delikte, für die, ja, ich glaube, die meisten Menschen eine menschenwürdige Behandlung für den Täter sogar sich wünschen würden. Absolut. Und das ist auch, du hast es vorhin auch angedeutet mit dem Mann mit der Spritze da und so. Es heißt immer, oder ich höre ganz oft in Diskussionen oder auch mit Medienvertretern, ja, in Deutschland muss man schon einiges tun, um ins Gefängnis zu kommen. Das stimmt, aber es stimmt auch nur zum Teil, vor allem, wenn du schon ein paar Vorstrafen hast und das können da absolute Pipifax sein. Ich habe jetzt einen vertreten, der hat, ich glaube, für 400 Euro oder 600 Euro in dieser Größenordnung bei Amazon Dinge bestellt, die er dann nicht bezahlt hat. Und da war halt versucht, der Betrug, weil man gesagt hat, er wollte es von vornherein nicht bezahlen. Ein Teil davon hat er wieder zurückgegeben, also der Schaden war noch deutlich geringer. Der hat ein Jahr acht Monate bekommen, weil er schon diverse Vorstrafen hat. und diese Fälle, die sind eigentlich fast der Regelfall. Das ist ein ganz häufiger Fall. Und der hat hundert, wahrscheinlich hat er noch ein kleines Sorgenprogramm, dazu will ich jetzt nicht schätzen, oder den, aber irgendeinen Grund gibt es auch noch, entweder Spielsuche oder das, dass er halt die Kohle nicht hat. Und er kostet uns dadurch an sozialen Folgekosten so unglaublich viel mehr. Ja, so ist es. Also wenn wir ja, ich meine, es sind ja Zahlen, es sind Fakten, man weiß es. Die Leute, die in Haft waren, es verbessert sich in den seltensten Fällen wirklich viel so. Also es ist keine sehr sinnvolle Maßnahme, aber es wird trotzdem weiter gemacht. Also du hast gesagt, es ändert sich ein bisschen, was sehe ich auch so, aber im Grunde sind viele Dinge, die könnte man so ändern. Gibt es jemanden, oder wer hat ein Interesse daran, dass dieses System so bleibt, wie es ist? Warum ändert es sich nicht wirklich? Also ich glaube, das Hauptinteresse ist auch Bequemlichkeit. Es wäre erstmal mit Aufwand, mit Arbeit verbunden, das zu ändern, mit Risiken eben verbunden, genau. Und das ist der Hauptgrund. Es ist ja so, natürlich gibt es ganz unterschiedliche Meinungen darüber, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, aber wenn man hinter den Kulissen redet mit Menschen, die sich einigermaßen auskennen, dann sagen eigentlich alle, ja das stimmt, zumindest für einen guten Teil, von Inhaftierten, gibt es sinnvollere Wege, aber es ist halt derzeit nicht realistisch, es kostet vielleicht erstmal wieder was, es hat politische Risiken und so weiter. Und das ist eigentlich der Hauptgrund und es ist eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wo wir uns als fortschrittliche Gesellschaft verstehen. Wir sind ja per Du, deswegen sage ich Thomas, ich habe einen Verdacht. Bequemlichkeit ist nie der einzige Grund. Ich habe in meinen 38 Jahren auf der Welt jetzt gemerkt, dass der Hauptgrund hinter allen leider Geld ist. Und das ist ja komisch, das kostet uns ja auf den ersten Blick Geld, aber gibt es, es muss doch eine Industrie nicht vergleichbar mit den USA, wo es wirklich jeder gefangene Geld produziert. Aber angefangen mit dir, nichts für ungut, aber du bist der Anwalt. Nehmen wir an, es gäbe keine BTM-Fälle mehr. Es bricht ein Teil des Einkommens. Nehmen wir an, es gibt keine Betrugsfälle mehr. Nehmen wir an, es gibt weniger Gefängnisse. Das heißt, weniger Vollzugsbeamte, weniger Fälle. Man könnte sagen, okay, dann können wir uns gescheit auf die Richtigen konzentrieren, aber das erst im Umkehrschluss. Ich glaube, es gibt eine kleine Industrie oder eine große Industrie, die auch ein Interesse daran hat. Und die beginnt bei dem, der im Gefängnis arbeitet, bis zu dem, der die Täter verteidigt, bis hin zu den populistischen Politikern, die auch mit dieser Meinungsmache, mit dieser Angst ihre Stillen holen. Wir brauchen ja die tausenden von schrecklichen Fällen jedes Jahr. Ja, klar. Ja, absolut. Würde ich auch so sehen, dass das auch eine Motivation ist, die im Hintergrund, bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, aber dass es wirkt. Ich bin auch keiner, der deine Verschwörung sieht. Das ist nur eher so, du bist heute wieder als Rechtsanwalt, du verteidigst die Leute, die eingesperrt werden, aber vor allem schreibst du Bücher, die sich kritisch mit dem Strafvollzug auseinandersetzen. Das ist jetzt nunmehr schon seit einer Reihe an Jahren, ich glaube seit sieben Jahren oder was direkt. Und wie gehen deine ehemaligen Kollegen damit um? Das würde mich sehr interessieren. Also ich höre es immer oder sehr oft hintenrum, dass man mich so als ein bisschen als Netzbeschmutzer betrachtet, krasses Wort. Kann es auch zum Teil nachvollziehen, weil ich auch glaube, dass viele zum Beispiel die Bücher gar nicht lesen, sondern die sehen dann irgendwelche Schlagzeilen und sagen dann, ja, das ist jetzt ein Selbstdarsteller, der da das System versucht in die Panne zu hauen oder sowas. Von dem man selber profitiert hat. Von dem man selber profitiert hat. Also insofern ist das für mich auch nachvollziehbar. Aber ja, ich glaube, das ist schon stark vertreten, diese Tendenz. Ich bin natürlich noch mit einigen persönlich befreundet, die auch noch im Knast in verschiedensten Positionen arbeiten. Da hat sich nichts geändert in diesen persönlichen Verbindungen. Merke auch, wenn ich in die Anstalten gehe, dass so mit den Anführungsstrichen normalen Mitarbeitern dort, die sehr freundlich sind und nicht da gut zurechtkommen. Aber ich glaube, je höher die Leute in der Hierarchie sind und erst recht, wenn sie in irgendwelchen Ministerien sind, dann sind sie doch dem nicht sehr zugeneigt, was ich da von mir gebe. Ist ein gutes Zeichen. Machst du es richtig. Machst du es richtig. Aber es ist ja interessant, weil wir kommen ja, wie gesagt, von rechts und links. Also nicht jetzt politisch, sondern recht weit außen. Also es gab Zeiten, in denen hätte ich dir nichts Gutes gewünscht. So, weil ich halt einfach ein Feindbild hatte so und du tatsächlich auch eine Repräsentationsfigur warst du für mich. Als erwachsener Mann muss ich jetzt zu einem Jurist, der bestraft mich für etwas, was keine Straftat ist, was ich schon sehr seltsam fand. Also ein Pornoheft in Straubing. Da habe ich dich auch mal befragt. Du, also mich nicht für ein Pornoheft, soweit ich weiß, aber das ist passiert. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns kennen und zwar hast du mich mal in Absondungen geschickt. Aber wisst ihr was, Leute, das erzählen wir euch im Teil 2. Dann zeige ich dem Mann hier seine Akten, wie er das damals geschrieben hat über mich und dann sehen wir, ob ich einen juristischen Sieg im Nachhinein kriegen konnte oder nicht. Und wir sprechen darüber, was genau ein Jurist überhaupt in der Anstalt macht und wie es sich auch vielleicht anfühlt, auf diese Art recht zu sprechen. und ja, ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Watson ist jetzt auch noch dazugekommen, dem hat es Spaß gemacht. Ich könnte mit meinem heutigen Gast irgendwie tagelang reden, weil es einfach so verdammt interessant ist. Und wir sehen uns dann nächste Woche, würde ich sagen. So sieht es aus. Das war es für heute. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.